Die Diskussion um die Umbenennung des Blumenbach-Instituts für Zoologie und Anthropologie der Universität Göttingen ist neu angestoßen. Die Basisgruppe Umweltwissenschaften der Universität Göttingen veranstaltete online eine Podiumsdiskussion zu dem Umgang mit dem Erbe Blumenbachs. Verschiedene AktivistInnen und WissenschaftlerInnen diskutierten auf der Veranstaltung mit über 200 Teilnehmenden kontrovers über die Person Blumenbach und die Konsequenzen seiner Arbeit und seiner Sammlungstätigkeit für die Wissenschaft. 2020 wurde im Zuge der Black Lives Matter-Proteste die Büste Blumenbachs der Universität gestürzt und steht seitdem in einem Kopierraum der Zoologie. Die Basisgruppe Umweltwissenschaften hatte daraufhin die Umbenennung des Instituts gefordert. Mit der Podiumsdiskussion wurde die Debatte nun wieder aufgegriffen.